Ich bin Sven, bin 40 Jahre alt und komme aus Meerwil, ursprünglich vom Kanton Zürich, Unterland von Bülach. Ich mache hier mit, weil sie suchen eine authentische Person. Ich habe sicher meine Geschichte von meinem Leben, die ich auch überbringen wollte. Ich wollte zeigen, dass ich mit meinem Background irgendetwas erreichen kann. Ich habe einen Schellenbruch erlitten im 2011, vor fünf Tagen um mein Leben gekämpft. Ich bin im Wachkoma gelegen. Das lässt mir immer noch kalte Ruckertrappen davon erzählen. Es war notwendig, so blöd wie es in meinem Leben ist, aber es war ein Hilferuf oder ein Wachruf in meinem Leben. Mein Leben hat sich hier um 180 Grad gedreht, sicher auch, als meine Tochter auf die Welt kam. Ich war in einer Bar, also ich bin im Club sein besser gesagt. Ich wollte auf den Heimweg noch ein Bier holen und ein Kebab. Es ist unerwartet von hinten eine Eisenstange mir über den Kopf gezogen worden. Ich bin direkt umgekehrt und hatte einen Schellenbruch. Ich bin auch seitdem, was vielleicht noch zu erwähnen ist, geruchlos. Ich schmecke nichts mehr durch die Nase, ich merke nur noch extrem süss, extrem scharf, extrem sauer. Ich weiss also den Unterschied nicht zwischen Kebab und einer Pizza, wenn ich die Augen zu hätte. Das ist auch immer speziell. Ja, es ist sehr nervig, aber ich habe mich eigentlich ziemlich schnell wieder gefangen. Ich bin aber auch jetzt erst durch meine neue Partnerin, mich selber am finden. Ich bin das Ganze auch noch ein bisschen am Aufarbeiten mit verschiedenen Sachen. Ich bin auch am Meditieren, Hypnose mache. Ich habe gerade weitergemacht, als wenn nichts wäre, wäre der starke Maßspiel, was leider nicht so gut gewesen ist. Ich habe die Leute gut durchgekommen. Ich habe immer gesagt, wenn du diese drei Sachen hast, du schmöchst plötzlich nichts mehr, du sehst plötzlich nichts mehr, du gehörst plötzlich nichts mehr, dann habe ich ziemlich in meinen Augen das Beste. Mir ist auch wichtig, dass ich immer authentisch bleibe, dass ich ehrlich bleibe, dass ich eine ehrliche Socke bin. Wir können auch damit umgehen. Aber ich will mich auch nicht verstellen für Leute und niemanden, sonst bin ich. Hobbymässig kann ich sehr gerne gewandern. Ich bin viel in der Natur, natürlich mit dem Bus. Ich habe einen eigenen Bus. Ich bin viel am rumreisen. Joggen. Das hat sich dann aber ziemlich mit dem Sport. Ich habe seitdem auch mehr Sport gemacht als momentan. Ist aber okay so für mich, jetzt stimmt das auch für mich. Meine Tochter ist natürlich, ich weiß nicht, ob das Hobby anschauen kann, aber ich verbringe gerne und viel Zeit mit ihr. Ich habe natürlich alles, was in der Natur aussen ist. Das ist ein bisschen meis. Ich bin nicht ein Sessel-Furzer, wie man so schön sagt. Ich bin nicht gerne in den Sonnenräumen den ganzen Tag. Ich muss immer ein bisschen draussen sein, unter die Leute gehen, die Natur geniessen. Darum auch wandern. Jetzt war es schon länger nicht mehr, aber das Noboard ist schon mein Ding. Ich bin die liebste Freeride irgendwo auf der Piste, die man noch nie war. Es war schon ein tiefes Schneehang. Nicht bei der Masse zu, auf den normalen Pisten, sondern dort wo man frei sein kann. Ja, ich bin so ein bisschen der Wilder hier. Wer gerne mal etwas macht, das mich ein bisschen gepackt und der innere Sau, den man sich überwinden muss. Und dann einfach geniessen kann. Das ist so. Seitdem bin ich jeden Tag live auf TikTok. Videos jeden Tag zwei rausgehauen. Jetzt mache ich vielleicht noch eins im Monat oder so. Das wäre wirklich lustig. Aber es ist recht oben abgefahren. Also die... Ja, es hat viele falsche Leute. Man kommt viele Sachen mit über... Es sind Videos herumgeschickt worden von mir. An Privatpersonen, die nicht mehr gewusst haben, dass ich TikTok habe. Und ich falsch hergestellt wurde. Und ich musste sagen, bis hier hin und nicht weiter. Wenn ich vorher nicht so hatte, habe ich immer Videos geredet. Aber dann wissen wir alles. Ich hatte dann wirklich eine Zeit, wo ich nur noch für das war. Da habe ich schon den ganzen Tag überlegt, was ich für ein Video machen könnte. Und da musste ich sagen, jetzt ist es nicht mehr gut. Das macht es keine Freude mehr, ich sage es mal so. Gehnt ich euch hin und vor allem auch... Tönt euch Ängste wahrnehmen als Chancen für euch. Nicht von euch wegstossen. Ich rede nicht gerne von Leuten. Ich stehe jetzt auch da und wird von Leuten reden. Es ist genau mein Inneres. Das, was mich triggert. Das versuche ich jetzt als Chancen zu nehmen. Und nehmt das ein wenig mit auf den Weg, dass ihr nicht von ihren Problemen weglaufen. Sondern an ihnen arbeiten und sie vielleicht auch als Blödsinn das Positive anschauen. Bleibt euch selber. Das ist es.